Mitte angeben. Nick Brederloh, S.V. Halle gegen Lukas Löbner vom KAV. Hinterklasse bis 57 Kilo Jake Rachoui gegen Leon Kolik. Bis 55 Kilo kämpft heute Karo Reis gegen Johnny Nygien. Gewichtsklasse 55 Kilogramm, Jürg Stetner kämpft gegen Menwer Al-Bakri. Kuma Magomedow vom S.V. Halle kämpft heute gegen Leo Radecki. Hinterklasse bis 27 Kilo stehe ich gegenüber Pielheim Magomedow gegen Henry Vogels. In der Klasse bis 31 Kilo kämpft heute Hans Hänsel gegen Alexey Gonscharow. Und in der Klasse bis 25 Kilo kämpft Erik Nikolai gegen André Gonscharow. Paul Nikolai Keltz in der Klasse bis 25 Kilo kämpft gegen Adam Saalbach. Bis 42 Kilo stehe ich gegenüber Ludwig Goethe und Hector Ketzenberg. Limit 57 Kilo kämpft gegen Gregor Reis gegen Tom Engelmann. Gewichtsklasse 34 Kilo. Hier steht gegenüber Tim Gebauer und Johannes Skerger. In der Gewichtsklasse bis 19 Kilo kämpfen Max Gebauer gegen Benz Hadecki. Gewichtsklasse 25 Kilo kam Wotan Reitzig gegen Nero Hadecki. Gewichtsklasse 34 Kilo kam Wotan Reis gegen Armin Kamilow gegen Oskar Leif. Und ebenfalls vom RC Dessau kämpft Mechty Kamilow gegen Leonhard Radetzig. Und Pascal Wohlfahrt kämpft dann nochmal gegen Oskar Leif. Ich bitte beide Teams um die Begrüßung des Gegners. So, danke. Beide Mannschaften werden wegtreten. Es beginnt...